Deutsch mit Julia. Wir üben das Verb SITZEN. Wo sitze ich? Ich sitze auf der Bank. Ich sitze auf dem Stuhl. Ich sitze auf dem Rasen. Auf dem oder auf der. Der Stuhl wird zu auf dem Stuhl. Wir sitzen auf dem Stuhl. Die wird zu auf der. Wir sitzen auf der Bank. Das wird ebenfalls zu auf dem. Wir sitzen auf dem Boot. Wo sitzt du? Du sitzt auf dem Sofa. Du sitzt auf der Toilette. Du sitzt im Sessel. Wo sitzen der Hund und die Frau? Der Hund und die Frau sitzen auf dem Rasen. Ich sitze auf dem Fahrrad. Ich sitze auf dem Baum. Ich sitze auf der Schaukel. Ich sitze auf der Mauer. Wo sitzen wir? Wir sitzen am See. Wir sitzen auf dem Bahnhof. Wir sitzen im Olympiastadion. Der oder das werden zu auf dem. Auf dem Stuhl oder auf dem Sofa. Der unbestimmte Artikel ein für männlich und sächlich wird zu auf einem. Auf einem Stuhl. Auf einem Sofa. Der weibliche Artikel eine, eine Bank, wird zu auf einer. Auf einer Bank. Wo sitzt die Katze? Die Katze sitzt auf einer Mauer vor einem Zaun. Er sitzt auf einer Schaukel. Er sitzt auf einer Mauer. Er sitzt am Strand. Wo sitzt der Mann? Der Mann sitzt auf einem Sofa vor der Bar. Wo sitzt die Frau? Die Frau sitzt auf einem Stuhl im Garten. Wo sitzt der Mann? Der Mann sitzt auf einem Fahrrad. Der Mann sitzt auf einem Franz. Der Mann sitzt auf einem Schad silos. Der Mannhost und Jesus konfilt die Frau. Er ist ein Fantastisch, dass du mein Hund geschürzt. Er war der Mann. Das macht unsicher. De Mann Excellent ist ein paar Kilometer. Über thế Ofer Der Mann wird mit einem Stuhl.